Ja, herzlich willkommen und hier sind wir schon in Folge 2. Letzte Folge sind wir ja gestorben, ein paar mal, durch diese ganzen Fikari-Zeugs hier. Und wir versuchen jetzt wieder langsam wieder dahin zu kommen, wo wir halt schon das Haus gebaut haben. Und man sieht, ich hab immer noch nicht mieser. Also es wird, glaube ich, auch sich noch ein bisschen hinziehen, bis ich mieser hab. Und ich hab immer noch keine Ahnung, in welche Richtung wir hier gehen müssen. Ich glaube, ich warte erstmal, bis Tag wird hier. Oder ich baue hier mein Haus, aber hier hab ich keinen Bock, weil das hier so scheiße ist. Ich will wenden, wo ordentlich ist hier. Ich will das nicht hier. Vor allem, weil ich nehme diese ganzen Viecher hier. Tja, mal sehen, ob wir durchkommen oder nicht. Ich hoffe, er mag gleich, ist der Moos mal weg hier. In der Zeit werde ich euch hier ein bisschen unterhalten. Und die Playlist, die für, die angekündigt war, ist natürlich in Arbeit. Aber naja, Qualität braucht seine Zeit, ne? Also. Ich weiß nicht, rennen wir da jetzt einfach mal so durch? Ich will nicht, dass das Skelett hier kommt. Der, der Zombie, der kann ja... Oh Gott. Seh mich nicht, seh mich nicht. Lauf! Steve! Lauf! 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 Spring! 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 Scheiß! 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 Oh, ne! Lauf! Lauf! Komm, 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 komm auch für kürzlischen ja er hat mich schweiß ich habe jetzt weiß ich immer noch nicht in welche Richtung geschwommen sind zweifelchen lang geschwommen ich habe keine Ahnung mehr Prozent ich muss ja mal Lernmann 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 wir sind ja schon bald ich hab keinen Bock Mann die ganzen Scheiß Viecher hier und nö das seh ich gar nicht ein das seh ich gar nicht ein und ich bin echt am Ende hier mit diesem Mistviecher, ich glaub hier ist die richtige Richtung, denn wir werden gleich mal ein Schwert nehmen und so viele Viecher runterklatschen wie ich hier finde wir hätten glaub ich doch eher Dreck nehmen sollen erstmal noch für die Hütte da damit die Windes bisschen dicht wird Hauptsache ich hab ne Tür ne, also das war ja das wichtigste oh man sieht wieder hier diese super schnelle Aufbauten hier von der Welt hier und hier, ich weiß nicht ob man das sieht, das zittert da oben total witzig ne aber man sieht wie die Welt sich hier so richtig schön langsam aufbaut wie das liebe ich in dieser Scheißversion jetzt hier, weil das so eines Server jetzt sein muss man ey, sind wir jetzt mal gleich da oder was schon mal ein bisschen schneller also vor allem, wichtig war ja, dass die Kraken hier sind ich hoff mal, ach so jetzt geht das glaub ich schon langsam hoch ne oder, war das hier, war das hier, ich hab da mal ja bitte ach so, mir ist noch was eingefallen Risen ne, kennen ja auch viele von euch dann werde ich auch noch ein Let's Plays von machen auch ein paar Parts hier, jetzt ist gerade bei mir so ne scheiß Mistfliege aber ich mach dann Risen halt, Let's Play von ja, an dieser Spalte sind wir auch freigekommen hier ist kein Spielspalte naja, aber Risen, Let's Play, mach ich auch noch natürlich ist ja selbstverständlich und, jo ich werd mal gucken, was ich noch so viele Spiele hab hier, da ist die Wüste da ist die Wüste wir sind im Dschungel mit Lava vor die Tür ich glaub wir sind falsch also sowas haben wir nicht aber das ist natürlich cool, ne das ist ja nur wirklich cool das sieht ja richtig geil aus ich glaub da gehen wir hin, vor allem hier wenn wir Kakao bauen und so und hier müssen wir ernten, bevor die hier alle weggebrannt sind das sieht ja mal geil aus vor allem die Lava breitet sich jetzt erst aus Geil richtig geil, find ich das und wir laufen immer ein bisschen hier hoch und ey, das kann doch nicht schon wieder dunkel werden, oder was? na los Alter, was bist du denn? ne Katze cool, ah so eine Scheiße natürlich reicht das mit hey Tiger nein, spring nicht weg das ist egal boah, wir eh fische fehlen hier noch einer und dennoch so dicht an der Lava hin episch komm ich hier rum? natürlich nicht dann werde ich hier mal langsam hoch nechten das ist nicht gerade die eleganteste Methode, was ich hier mache, aber erfüllt seinen Zweck so so das versuche ich jetzt mal hier so Spider-Man mäßig weiii Scheiß naja, ich bin aber okay, ich hoffe mal, hier ist das richtig der richtige Ansatz und natürlich nein! Nein! okay, super ich liebe diese Scheiße hier ich geh kaputt nein! ich hab echt keinen Bock mehr hier, ey ich würde jetzt gerne Minecraft Hardcore oder was anfangen oder Risen lieber spielen als den Scheiß jetzt hier nochmal alles von vorne zu bauen nein! ich hab ne Idee ich hol's mir hier ein bisschen was weg und dann bang, 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 bang vor allem, ich hab ja nicht so viel Holz vor allem, ich hab ja nicht so viel Holz vor allem, ich hab ja nicht so viel Holz ich kann schon wieder kotzen, wenn ich den Scheiß hier seh, ey ich kann schon wieder kotzen, wenn ich den Scheiß hier seh, ey das ist echt nicht mehr lustig der ganze Scheiß das reicht glaub ich erstmal als Grundlage, damit wir hier irgendwo reinkommen vor allem jetzt haben wir jetzt schon Stein und so und können uns hier dann zuhauen da den Müll und dann ist es jetzt erstmal gut denn das kann echt nicht sein vor allem, so viel Pech kann man ja gar nicht haben das ist ja echt nicht normal, das ist echt abnormal hier der ganze Scheiß ich krieg hier echt noch ein zu viel naja aber man soll sich ja nicht nur beschweren ne lalalalalalalalalalalalalalalala Also nächste Folge kommt ja 100 Prodie Playlist also da braucht ihr euch keine Sord sprechen Betrieb die kommt hundertprozentig und ja dann kriegen wir das schon irgendwie hin naja mit der Playlist ist das also ein bisschen freundlicher und so und dann ist das auch glaube ich ein bisschen besser so und jetzt werden wir erstmal den Crafting Table hier rein holen Prozent und nach hier funktioniert gar nichts in den letzten Jahren so ist alles ganz scheiße das ist echt nicht normal jetzt mal hier erstmal zwei Ölfen so jetzt brauchen wir natürlich nur noch Kohle superst ach, was mach ich denn würde eine Spitzer gerne so wenn wir dann erstmal Eisen gefunden haben das wäre ja noch besser den können wir auch ein bisschen also und Leder und so was alles so eine ganze Scheiße brauchen wir alles noch aber Kohle ist jetzt glaube ich am wichtigsten vielleicht brauch die unbedingt für die Ölfen-Dinger hier damit hier überhaupt was läuft und ein Schwert machen wir uns gleich noch womit wir noch ein paar Dinger hier, Kühe, Schlachten das mach ich mir mal gleich bevor es nämlich wieder dunkel wird ein schönes Steinschwert ich bin der Übermensch okay, ich weiß, hör mal naja, hier ist ja glaube ich nicht so schlimm mit dem Monster okay Mistvieh, Kühe, Kühe Kühe knack ich will haben ihn hä, muss hier hin hey du scheiß Kuh oah geht doch geht doch also ich bin Tatsan hier jetzt in diesem Fall das ist echt nicht ich hätte ja gerne das andere Ding wieder wo wir gestorben sind Ach, Kakaobohnen. Die nehmen wir gleich mal mit. Nein. Oh, puh. Eigentlich sind hier Liaden noch. Hier sind auch nochmal Kakaobohnen. Yes. Und ich weiß ja auch, wie man die anpflanzt. Hohoho. Was freue ich mich. Oh, so ist Dschungel eigentlich ganz cool. Komm her. Ich krieg schon Hunger. Das ist ja richtig normal. Da, ich bin Samen. Jetzt muss ich bloß an mein Haushöhlen-Dings hin. Das ist, glaube ich, hier, ne? Super. Das nächste, was ich verloren habe, und gleich verloren. Hä, wie kann denn das sein? Wie kann das weg sein? Ich hatte doch nur irgendwo in dem verschissenen Berg hier sowas. Ich muss kurz mal niesen. Oh, nein. Kann ich rohes Fleisch essen? Oh, na super. Kann ich noch Kakaobohnen fressen? Hm. Natürlich nicht. Ein Räder, damit kann man natürlich nichts töten. Ich fahr mich schon, was es wird von meinem Kakaoboh. Okay. Zur Sicherheit nur hier, ne? So. Was war das denn eben hier? So ein Grafik-Bug-Ding an hier. Puh. Jetzt verhungern wir jetzt erstmal nicht. Jetzt sagen wir, wir rennen hier mal um... Die Katzen! Kleine Katzen. Cool. Cool. Katzen. Okay. Okay, und jetzt suchen wir immer noch meine scheiß Hülle. Ich glaube, ich habe das gefunden. Ja. Ich nehme dich, Hülle. So. Jetzt mal gucken, ob der Keller frei ist. Sehr gut. Okay, dann werden wir gleich mal hier unsere Dings-Plantage machen. Hört man das hier? Ist das bei euch hin? Nein. Okay, eigentlich können wir jetzt bloß abwarten hier und Tee trinken. Das ist ja echt so. Aber was ich bei der neuen Version scheiße finde, ist das hier. Dass sie in die Richtung kommen, wo man hinguckt. Können wir mal kurz rausgehen. Gucken wir mal, ob die Luft rein ist. Ach, Kakao. Oh, ich habe schon gedacht. Ich wollte dich schon töten. Oh, was gab's denn hier eben. Yes. Okay, ich spiele jetzt wieder Tatsachen hier. Oh, was ist da? War das ein Spawner? Draußen? Hey, das hat dir das so gut geblüht. Tu, was da ein Huhn? Ah. Ah, sie hat Fried Chicken hier oder was? Nein. Nein, Hühnchen. Es tut mir leid. Oh, was ist denn der Scheiß-Blocker-Faner? Wenn ich das jetzt zumache, ist ja alles versaut, ne? Oh, hier ist ein Übermüll. Wenn ich mir nicht die Schulsohn verbrenne. Na, super. Ein Schweinchen. Mehr. Und du hast auch noch Kohle bei dir. Sehr schön, dass du die Kohle für mich bewachst. So. Fühle ich mich schon wie zu Hause. Ich werde dann gleich erstmal folgen, wer beenden will mir. Ja. Und dann. Und dann werden wir dann mal sehen, wann die nächste kommt. Zwischendurch kommt noch andere Let's Plays und so. Boah, ich hab schon gedacht, hier kommt gleich die Nava rein. Wir bauen noch die Kohle hier ab und dann. Okay, war alles. Ich werde jetzt dieses Let's Play hier, also diese Folge mit dieses Let's Play beenden. Und verabschiede euch jetzt mit einem Tschüss und bis zur nächsten Folge.